Ich muss Sunil fragen. Ich glaube, dass er noch etwas will. Er versucht, viel Energie in das Spiel zu bekommen. Manchmal hat man schlechte Glück. Ich glaube, das war nicht so viele Mal in seiner Karriere. Er hatte diese Situation, jetzt ist er fast am Ende seiner Karriere. Ich glaube, der Ticker war natürlich die Penalte des Spiels. Das ist wichtig. Sunil weiß, dass es eine wichtige Situation für das Team war. Er hat auch die Verantwortung, um da zu schießen und das Ziel zu machen. Das zweite Mal haben wir die Penalte verloren und das zweite Mal haben wir gewonnen. Das war der Ticker des Spiels. Ich glaube so. Wir waren in der ersten Hälfte mit einem besseren Team in der ersten Minute. Wir hatten direkt einen Post von Clayton, nach einem Minute. Wir mussten sehr hoch. Wir kamen sehr schnell hinter der Defenslinie. Das war besser als in den anderen Spiels. Ich glaube, das war eines der besten Spiels. Wir haben auch drei Fehler gemacht. Wir wissen, dass Set Pieces Fall ist ein starker Hälfte. Ich glaube, dass wir genug Erfahrung haben, um besser zu schießen, um besser zu schießen, in der zwei gegen eine Situation zu schießen, um ihn zu blockieren und nicht zu schießen. Das erste Mal können wir besser zu schießen. Wir können auch besser zu schießen, als Goalkeeper zu schießen. Er ist ein guter Hälfte. Er ist ein großer Hälfte. Er hat genug Erfahrung, um seine Ball zu bekommen. Und im Endeffekt auch ein langer Hälfte. Er verliert eine gewisse Situation und eine Hälfte. Ich denke, das sind Dinge, die wir besser machen können. Aber das Team spielt ein sehr gutes Spiel. Ich denke. Das ist auch unser Stil. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. In den ersten 30 Minuten hat er viel Energie in den Spiel gebracht. Es war besonders gut. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Edu hat einen tollen Spiel gemacht. Er kam in den Spiel. Er hat die Penalte bekommen. Das war seine Aktion. Er hat einen gegen einen Stuhl gewonnen. Und ich war mit der Performance. Edu hat sich auch seine Dribut gemacht. Sie hat das zweite Spiel gemacht. Das bedeutet. Das Ziel war unglaublich. Der Freak. Auch ein junger Mann. von Mumbai. Der erste Mal in der Saison kam in den Spiel. Man sieht die Veränderung der BFC. Das ist der wichtigste Teil. Und auch der Stil. Wir spielen ein sehr gutes Spiel. Nein. Mumbai hat das Spiel nicht dominiert. Ich denke. Das erste Mal war das bessere Team. Sie sahen nur lange Bälle. Es war eine sehr gute Unterpressung von uns. Wir haben sie gut geholfen. Wenn wir den Ball verloren haben, hatten wir direkt den Ball. Ich denke. Im Ende hatten sie eine gute Position. Nach der 3-1 und 2-1. Aber nicht. Nach der 2-1. Nach dem 2-1. Nach dem 2-1. Nach dem 2-1. Ja. Vielen Dank.